ja okay ich bin mal wieder verwirrt das ist glaube ich wieder wir hatten wieder eine berühmte aufnahmepause ich kann mich jetzt nicht daran erinnern dass wir hier waren aber okay ich gewöhne mich langsam daran dass wir nicht unbedingt da starten wo wir aufgehört haben ich habe es befürchtet gehabt verdammt das geht nicht ich will da hoch warum gehen die nicht kaputt okay ich komme auch so dahin dass die steine jetzt nicht kaputt gehen das ja das ja jetzt die worte zu ich kann doch nicht schießen ich habe doch die haare äh willst du mich jetzt verarschen ich kann nicht schießen alle knöpfe mal probieren auch mit dem kann man auch springen das wusste ich gar nicht es geht nicht und mit dem knopf läuft doch nach rechts obwohl in ordnung scheiße alter warum ich doof ich habe die haare doch gar nicht ich bin schon dämlich ja ist in ordnung wie bin ich jetzt auf den schmalen ass gekommen ich hätte die haare dass ich schießen können können wir dann mal einer erklären alter das gibt es doch nicht so hab ich glaube da den ersten sprung dem bräuchte ich gar nicht machen ich glaube da würde sie so drüber laufen da probiere ich jetzt auch mal ernsthaft spiel warte mal karte so ich habe das da ausgewählt ja das hatte ich am anfang der aufnahme auch ausgewählt und jetzt gerade auch wieder jetzt wählen was noch mal aus mal sehen wo wir jetzt landen hier warum war es beim ersten mal nicht hier hier ist nämlich auch wo wir in der letzten folge aufgehört haben glaube ich das spiel schafft es einfach mich so zu verhalten alter mich so zu verwirren dass ich da ne das läuft sie nicht ja was denn los es gibt es doch nicht so ich habe es befürchtet ich habe es befürchtet dass ich da entweder nicht oben auf den stein kommen oder unten drunter knall oder so was so alter finde so kriege ich hier meine haare ja kriege ich so dann können wir hier weiter und so weg mit dir da ist auch ein geist ja verfolgt mich verfolgt mich wirklich ja das ist ja mal öfter mal neuen aspekt hier drin jetzt läuft sie wieder nicht hallo so und so man es fängt so super an das ist so so jetzt starten wir wieder hier mal sehen wo bin ich jetzt wo bin ich jetzt wo bin ich jetzt wo bin ich 6 8 das ist schon mal richtig hier hier warum war es bei der ersten start nicht da alter ich bin ja jetzt ne kurz vor ragen sie läuft wieder nicht wo stößt sie dagegen jetzt stößt sie nirgendwo gegen so gibt mir meine haare so jetzt gehe ich erst hier hin wo müssen wir denn überhaupt hin und wie soll ich den da kriegen und wo ist paul ganz schärf dich drauf ja könnte ich aber wow jetzt nein geht nicht ich muss mich also von da oben runterfallen lassen um den zu kriegen und da oben ist der geist und da oben ist der geist wow 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 ja super lass dich fallen so schön also mal abgesehen davon dass ich jetzt meine haare los bin wo muss ich denn hin so alter äh 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 so ich krieg den ich krieg der d ach so die anderen muss ich ja von oben ich glaube ich habe das geist aktiviert da oben ich glaube doch nicht so scheiße ach da kann man höher ja spring doch erst nach links weg statt einfach nur hoch na gut weg mit dir du haus stimmt ja der läuft ja bis dahin auch das ist wieder so eine folge so eine folge die würde ich am liebsten einfach nur löschen sie läuft wieder nicht hallo ja hoch und runter gucken kannst du aber ja jetzt alter dieses laufproblem also werden momentan auch alles bei mir guckt weiß ja dass da die steuerung auch das öfteren mal an keine ahnung was verhängen bleibt ich habe eben über zwei stunden alles gespielt wenn ich jetzt das hier spiele und habe hier auch so ein problem also wie viel pech kann man denn haben dass man zwei spiele hintereinander spielt wo die steuerung nicht so astrein ist wobei es hier in dem falle ja sogar authentisch zu zum retro feeling ist weil früher die steuerung normal dann macht sie sprung nach links statt einfach nur hoch nun mal nicht so ganz astrein waren auch der geist haut ab okay das ist aber da unten ist ein roter diamant ja wir gehen aber jetzt erstmal hier oben gucken jetzt könnten wir unten hingehen und sterben lassen aber wir haben kein leben mehr übrig das ist natürlich kacke funktioniert der trick auch nicht jetzt haben wir wieder ein leben kann ich dich wieder zurücksetzen ja anscheinend ja ok ab so wo das wundert mich jetzt dass der sprung geklappt hat checkpoint da oben ist der ausgang ok das muss doch kopfschmerzen geben oder aber so richtig fette ok ok wie komme ich denn an den rand warum habe ich den gerade nicht gesehen ok ok man macht den stein weg damit man oben die möglichkeit hat runterzufallen das ist natürlich auch geil aber na gut so krabben je ob die krabben runterfallen wenn ich den weg hier kaputt mache er hat erreicht jetzt nicht so falle die jetzt runter sie laufen nicht bis dahin ok ok alter ich falle aber jetzt runter jetzt fehlt uns zu dieser eine blöde diamant komm ich hole den ich hole den ich werde es bereuen ich werde es bereuen aber ich hole ihn so jetzt wieder hochkommen lebend und nicht schießen können super idee ok ich bin doch nicht ganz so schlecht wie ich dachte aber hier kommen ja noch möglichkeit zu fehlen so ist das ja nicht und ich glaube wenn wir jetzt sterben dann haben wir von dem Diamanten, den wir jetzt geholt haben, nichts mehr. Wow! Shit. Weil wir hatten den Checkpoint ja erreicht, ohne den Diamanten in der Tasche. Hopp. Das wäre zumindest eigentlich die korrekte... Mann. Die korrekte Weise. Nein! Nein! Ich habe gehofft, er erkennt den Ausgang. Aber nein! Jetzt fehlen die Diamanten. Ah! 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 Oh Gott, ich kann nicht schießen. Hopp. So. Hoffentlich jetzt nicht wieder, ne? Ach, überall fehlen. Alter! Wow! Kann ich dir hinterher rennen und dann nachher über dich drüber? Ja! Gut. Zwei. Wo war jetzt der andere? Der war irgendwo links. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö das gibt es nicht meine fresse so hier war der irgendwo jetzt links da so hier kann ich einen verpassen da ist ich mache mir doch nicht den weg kaputt ich stehe aufgabschmerzen nicht hallo hallo was hat er jetzt blub gemacht habe ich die wesbe getroffen okay macht das blub wenn man die krabben trifft tatsächlich alter na 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 gut dass mir jetzt wieder schwerer gemacht habe auch ja 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 ja